Von Stockerau nach Hatzenbach Restaurant Steiner Landschaftsteich Hatzenbach Senningbach und Rapsfelder Ausatmen 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 Kaninchen vor Senning Ausatmen 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 Fahrt entlang des Senning-Parks Rapsfelder Rapsfelder Bei der Kirche links abzweigen Wir können uns vorerst rechts des Senning-Parks halten Wir können uns vorerst rechts des Senning-Parks halten Rapsfunk 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 Wir fahren gerade den Feldweg nach Bodo. Wir queren und verlassen den Senningbach in Brudendorf. Braunsberg mit Drohnenflug. Bei der schön gestaltenen Villa gibt es einen versteckten Teich. Bis zum nächsten Mal. 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 Abfahrt nach Niederholabrum. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Rehe von Niederholabrum. Michael Berg mit Drohnenflug. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Linksabzweig. Linksabzweigung zu Michelberg. Bis zum nächsten Mal. 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 Gerade in den Michelbergkreuzweg. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Michelbergkapelle Gerade in den Michelbergkreuzweg. Untertitelung des ZDF, 2020 Nicht den Wanderpfad nehmen, sondern gerade weiter. Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gasthaus am Michelberg mit großen Gastgarten. Waschberg mit Drohnenflug. Vielen Dank. Hier gibt es viel Bärlauch. Vielen Dank. Das Gipfelkreuz und Warschberg. Hier gibt es auch viele Rastplätze und Sonnenliegen. Der Abfahrtsdrail. Bis zum nächsten Mal. Das Gipfelkreuz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Sobald man Felder erreicht, rechts abbiegen. Über Leitzersdorf nach Stockerau zurück. Sobald man Felder Sobald man Felder